Ayo, was geht von der Eikernstadt für euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War, da sitzen wir uns nicht wieder stehen geblieben und es geht weiter meine Freunde, wir gehen jetzt mal hier rüber und der ist lockt, das ist, ah, ich glaube ich muss erstmal hier so, genau, dass wir hier den Schlüssel von der Mandam kriegen und jetzt nochmal hochlaufen. Leider ist ja, äh, Leider Gottes gereckt, liegt nicht an uns, ist nicht unsere Schuld, wir wollten hier nichts Böses. So, meine Freunde, Alter, ich freue mich so krass auf das G-Märzige Schüsse. Ja, P-Schüsse, Alter. Warte. Ah, ok, verstehe. Oh, guck mal hier! Okay, nice, wir haben auf jeden Fall nochmal hier Dings. Sehr geil. Und was hätten wir jetzt hier Schönes? Uff, Digga, nochmal so ein Orgel, sehr geil. Die Augen, des Augens. Sonst ist hier, ich glaube, nichts mehr. Äh, sonst ist hier, ich glaube, nichts mehr. Ja, Fotsen, Junge. Fick dich. Mann, smack dich, Junge, du... ...dreckiges Pietschvieh, Alter. Du, dich auch, der Wahnsinn. Jo, du machst dich teilweise schlucken. Also, auf normalen, die nehmen schon sehr viel, Digga. Muss man schon sagen, so, die nehmen schon sehr, sehr viel. Zoom. Oh, man. Uh. Oh, man. Oh, man. Das hat ich gelohnt. Das hat ich gelohnt, Alter. Das ist mein Apptop. Jetzt noch einmal so eins. ein bisschen orbs wichtig ist hier noch einer ich höre noch einen auf jeden fall ich brauche heilung auf jeden fall wichtig sehr schön dann hier warte mal hier geht es nicht weiter das heißt ich muss also zurück okay die sind da recht sie ja stehen jetzt ohne schweite ich muss hier hoch lak ihr hunde ich fick euch richtige peaches junge wund nene nix da rättsfisch sehr schön ok jetzt immer wieder hier das kann ich hier jetzt kann ich da sie mal auf die kacke jungen und wir sind unten das tun wir hier noch mal schön gemütlich speichern ganz wichtig so wichtig wichtig die hat erwischt die hat erwischt da gänzt sie nix so so let's go ja mit den erz jungen wir kokos kinder hier hier Ich verstehe aber, wie es gemeint ist. Ja, genau. Hä, was? Hä, Bruder, fall doch da, wo man es dir sagt. Ja, was ist das für eine weirde Kacke, Mann. Hier fällt er ganz normal, aber... Hey, Digga, what the fuck is wrong with you, Mann? Das ist Monospat, das ist jetzt so ein Kacke... Junge, wie... Es ist... Er fällt so... Metze. Das Junge war das behindert. Okay, brauche ich wieder noch was davon... Alter, was bist denn du, Junge? Was seid denn ihr für Wichsfehler, Alter? Die Jäger, die Jäger, chill, Mann! Holy shit, Bro! What the heck? Nein, fick dich! Jäger, ich hab weggedrückt, aber... Ja, das mit den Sticks, wo dieses... Das ist total behindert gemacht, irgendwie. Das war sehr hakelig. Man merkt, dass... Das sind immer noch, dass irgendwie... Mehrso hat nicht so wirklich in der Kontrolle gehabt, irgendwie. Das mit dem... Mit den Ausrichtungen, aber das ist wirklich sehr, sehr hakelig. So, wieder leben. Sehr schön. Okay, Bro. Okay, Bro. Junge... Junge... Alter, fick deine Mutter! Jesus Christus, Junge... Jesus Christus, Junge... Junge... Fick doch deine Mutter, Alter! Komm her! Jo... Jetzt so. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Okay, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Hier? Okay, nee, von da komme ich nicht. Glaube ich zumindest. Naja, alles gut. So, von da komme ich, habe ich kein Ziel durch. Wunsch, Senor. Wunsch, Senor. Jetzt lasse ich mal liegen, vielleicht brauche ich später. Ach, guck mal, hier habe ich Worts. Sehr schön. Wortsi, Wortsi. Warn, Junge, Alter. Okay, ich kann das machen. Tak, tak, tak. Stufe 3, bror. Nice. Okay, nice, bror, zur Stöcke. Bisschen Dingens. Oh shit, bro. Okay, ich weiß wie. Ja, genau so. Jetzt hier rüber. Sehr schön. Noch mehr Orbs. Auf hier den Hasen. Sehr schön, Digga. Boah, jetzt macht's noch mehr Bock, Digga. Jetzt macht's noch mehr Bock, weil jetzt sind die Waffen, äh, jetzt sind die Schwerter einfach noch härter so. Okay, jetzt ist es, wenn ich so fressefliege, kann ich... Hallo. Hier wieder zurück, oder was? Äh, was, das habe ich... Habe ich jetzt das nicht verstanden? Warum muss ich jetzt hier zurück? Weird. Nee, du kennst nur hier hoch. Also, woanders geht's gar nicht. Bin ich jetzt hardcore behindert, oder? Hä? Stehe ich jetzt nicht. Wo ist der Sinn jetzt? Also, ich weiß, dass da... Rechts was ist, aber... Ganz weird, Alter. Ah, doch, also, okay. Verstehen. Verstehen. Okay, noch mehr... Noch mehr Orbs. Gebt mir Magie. Bombe. Da kann ich hier auch erstmal abspeichern. Geht aber noch weiter, Jungs, sind das bei 16 Minuten, das ist noch nix. Ja, das ist noch nix. Ich muss auf jeden Fall gleich mal meine... Meine... Meinen Mülleimer leeren, Alter. Geht nicht mehr schon mal hier den Red Bull. Bisschen Zucker, dich das... Du fette Oogl-Dinut, Alter. Let's go. Nein, bist du behindert? Oh, fette Stück Scheiße, Alter. Weg mit dir. One Zoom. Noch so einer? Ja. Läuft bei dir, Junge. Ihr Ritzkönige, Junge. Hat's. Hiss dich. Ja, was mich jetzt aber interessiert. Erstmal hier hoch. Uff. Nochmal so ein Auge, Digga. Sehr geil. Das ist auch wichtig. So. So schnell kannst du aufgehen. Der Schädel von Medusa ist schon sehr, sehr nützlich. Ist schon sehr, sehr nützlich, Alter. Du! Ich muss rauskommen! Auslösen die Strecke, auslösen die Brücke! Nein, nein! Ich lasse sie mich nicht rauskommen. Sie werden nicht rauskommen. Diese Monster... sie werden... sie werden mich auslösen. Coward. Geht's hier runter? Nee, hier runter geht's gar nicht weiter. Okay, was will der Typ jetzt genau, von mir? Soll ich jetzt genau machen für ihn? Soll ich ihm die Butze streichen oder was will der? Versteh ich nie. Versteh jetzt nicht, was der von mir will. Also. Letze vielleicht? Hab ich alle gekillt jetzt? Du! Ich muss rauskommen. Versteh die Leber, extend die Brücke. Nein, nein. Ach, die Gehör. Sie werden mich nicht rauskommen. Diese Monster... Sie werden mich entfernt. Junge, ey Typ, fuck mich ab, älter. Wenn ich lieber komme, dann zerreiß ich dich immer noch hin. Was soll ich jetzt machen? Irgendwas habe ich glaube ich nicht gesehen. Kann das sein? Ah, ficken, Alter, ich hab noch. Meine Fresse, ich spuck dieses Spiel gleich an. Habe ich irgendwas, irgendwas habe ich übersehen, hundertprozentig, Digger. Irgendwas habe ich übersehen, hundertprozentig. Ah, warte, hier, so, ja genau. Sehr schön. Leck, ihr mongolen Kinder, Alter. Oh, ihr Gottverdammten, kleinen Huren, Söhne. Der kleinen, gottlosen Gespaßten. Wie komme ich zu denen rüber? Ne, schaffe ich, schaffe ich nicht, Bro. Schaffe ich nicht. Was muss ich machen, Bro, verstehe ich nicht. Irgendwas muss ich machen, ich weiß aber nicht was. Alter, weißt du, was ich mache? Es war einfach einfach, Digger. Ich gucke einfach kurz im Walkthrough, weil ich habe jetzt keinen Bock, hier dumm rumzulaufen und 20 Minuten irgendwas zu suchen, um Zeit zu schänden oder so, weiß ich. Oh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020